Was machst du jetzt noch auf dem Server drauf, Neo? Ich hab das gar nicht gesehen. Der war im Gegner, dem. Achso. Er hat mich noch mal weggesnipert. Oh ja, Panzerform. Panzerform. Ich bin nur noch Sniper. Ich brauch mal unbedingt, Flo, machen wir hier mal ein bisschen Mische mit Panzer, oder was? Ja, 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 klar. Gut, dann geh ich auf Pionier und nimm ein Repkit mit und dann hau ich runter weg. Ich hab jetzt übrigens, ich hab hier automatische Wärmesucher, ne? Also ja, ich markier deine Ziele. Nimm Lenkraketten mit. Da bin ich standardmäßig drin. Der MC hässlich ist in der Eingangshalle. Ja, der glaubst du. Aber bist du mitten in dem Teil da gespawnt, Axel. Das weiß ich grad nicht. Ich hol dich ab. Ich hab hier ein Dings. Du hast ein Auto. Ja, da können wir nicht viel mit machen. Ja, nee, ich weiß ja nicht, wo du jetzt bist. Wo bist denn du jetzt? Ja, hier hinten beim Spawnen. Okay, dann komm ich dir entgegen. Dring-de-ding-de-ding-ding. Mäp-mäp. Ne, komm, fall, lass dich zu mir. Einsteigen, reinsteigen. Hey, warte doch mal. Kommst du jetzt mal? Ja. Ja, zacki, zacki da. Hier ist halt. Hier, Markierung. Ach, scheiße, schade. Bringt bei der Sniper ein Entfernungsmesser was? Ja. Ja, ist das gut. Ja, ist das gut. Ja, ist das gut, ja. Bei der Erhobung, ja. Bei den anderen sind wir es nicht zum Beispiel überhaupt nicht. Wer schießt denn da schon? Ja, wenn du spielst du oder die Wände kaputt, die Idioten. Eigentlich selber einen. So, wir kommen jetzt von vorne links. Ich komm rein, ich bin vorne links. Da läuft einer. Okay. Hab ich. Ich habe keine Panzer. Smart, jetzt habe ich endlich Smart Munition und so. Okay. Du musst das. Bip, bip. Wir haben gerade die Kontrolle zu retten auf die Ecke. Hallo, wo ist es? Äh, komm her, komm her. Wie, wo ist es? Wir färben uns hier rein. Doch, diese Idioten. Oh, sehr schön. Das war nicht denn. Kann ich mitfahren? Vielleicht sollten wir erst mal D angreifen. Ich glaube, das ist näher dran, oder? BAM. Erst mal D rum. Die sollten wir für den Panzer einen Turbo angreifen. 150 kmh kannst du mit dem Panzer anfangen. Nicht hier mit den 30. Ah, Gott. Irgendwie motzen ja immer alle an den Helis rum. Mein Kampfhelis, die so scheiße sind, aber ich finde ja gar nicht ganz geil. Die sind auch gleich... Hey, mein Fahrzeug ist beschädigt. Äh, wacht der drauf. Hier kommt. Da ist er doch. Und da kriegst du einen Hit. Ich hab dir eine Markierung drauf. Jetzt. Wo haben wir ihn denn? Jetzt hab ich eine Markierung drauf. Lenkraketen raus. Los. Feuer. Du brauchst Lenkraketenflug. Ja, jetzt warten wir nicht mit. Ich schau den weg. Ich schau den weg. Ich hab nix von dir Bats, ist ja schön Gehen wir hier C attacken Hier, Gegner Wo ist ein Haus, ist da drinnen, oberste Etage Hau die Etage weg Nein man, da bin ich nicht Hier neben uns, links Ok, hab ich, hab ich, da liegt wie ein Scheiße Nach dem C4 war's Neo du Hund Das gibt klein Bann Aha Ich kenn den Admin, das ist ein Kumpel von mir Du kriegst einen kleinen Kick und einen Bann Das ist noch ein so n Ding Ein so n Ding Wir sind hier die Bans, aber scheiße Wir müssen mal versuchen, nimm mal Lenkmunition mit Flo Dann mach ich ja gleich mal hier, ne Boah, das hast du jetzt so vollgestoppt mit Gegnern Na, ich muss ja eben mit dem Auto hinfahren Weil die ist gerade Ich bin ja gerade, warte mal Äh, ja, ich bin hinter dir oben mit dem zweiten Auto Markier du dich weiter, ich schau gern alles weg für dich Ring-Di-Ding Ring-Di-Ding Ring-Ding Ring-Ding Ein renniges Rennen Woher läuft da einer C kommt jetzt was rein Ich bombardier C zu, ihr könnt da rein Loser, vorwärts Markier mir die Scheine Oh, welcher Wichser Oh, hinter mir Latsch, äh, lang Hast du jetzt einen Panzer, Flo? Äh, ich bin ja gerade hier totgemacht worden Vom H3X Ihr Panzer ist da, Flo, spring rein Ich reservier den schon mal Bist du da Flo? Jupp, fahr los Okay, tauschen, los Okay, ne, tausch mal Was denn jetzt? Jetzt bleib stehen, du Hund Okay, nächster Panzer Oh, Alter, komm, bis jetzt Hier, ich werde beschossen, der beschießt mich Der Jett Hier mal den Jett auf Wer ist jetzt mal? Achso, ich soll es mal Der Wixer Markierst du den? Arten, Herr Räusches, Räusches geht hier Ich hab ja da keinen Markierer Irgendwo noch keine Dingensposition, weil ich nicht weiß, wo ich gerade im Spiel Fahr mal unten zu Wie sieht das Einsatzstil an? Yo, neun, äh Westland 90er Pink Ich mach den mal ein Okay, wir tauschen jetzt mal Kann ich die Ziele markieren für die Leute? Ja, das wäre super Flo, springst du, wechselst du? Jupp Okay, ich markier den Heli Das ist das Einsatzziel, das ihr angreifen soll Einsatzstil Charlie ist unter Komm, ich schau jetzt, ich schau mal eh jetzt voll Ist markiert Gut Ja, ich switch gleich mal oben auf Lenk-Munition, dann können wir mal Ja, ich fahr euch einfach hin Links, links, links Ich steh dir nicht, du musst über den Hübel Oh, fuck Oh, fuck Arbisch Die ist richtig ins Loch, ey Hier, rechts von uns ist einer Ja, 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 rechts von uns ist einer Er schießt gerade auf mich Wir sind oben auf dem Dach Ja, rechts von uns ist einer Waren bei dir jetzt Ja, rechts von uns ist einer Da sind wir noch oben auf dem Dach Oh, endlich hab ich Thermalsicht als Schütze, geil Da habe ich jetzt alles freigeschalten Okay, der ist immer noch links hier irgendwo Flo Siehst du den? Nee, der ist auf dem Dach Ja, guck mal, dann muss man noch sehen können oder nicht Ja, nee Ich hab einen Ja, ich hab bekommen auch da Nein, was ist denn das? Wo fahrt ihr hin? Da gib ich euch Hilfe Wir fahren die ganze hinten Keine Ahnung, ich war ihnen Okay, ich hab hier was markiert, Leute Oh Neo, Junge, f*** dich doch Hier, Jet ist markiert Afghanische Radfliegen, Alter Ah, auch ich bin hier angeschoben Ja, was ab? Machierst du ihn weiter, Jet? Dass wir von hinten anschnurren, ja, so Der ist zu weit weg gerade Achtung, da direkt vor euch kommt gleich ein Pazzer Oh, der hat mir den Jeep geklaut Verliegst du Denk ist kaputt Au Jet hat suizid gemacht Hinter uns Hubschrauber Hubschrauber ist markiert Naja, jetzt nicht mehr Jetzt! Moin Jetzt nicht Hallo Machier, machier, machier Jetzt ist er markiert, komm Feuer, Leute Ist zerstört Ok, ich reparier uns mal, Flo Ne, ich reparier auch Warte Dann reparieren wir uns, dass es weht, dann gehts schneller Ja Ey, ich steig ein, dann kriegst du Punkte, ist doch viel besser Weiß egal wie lange das dauert Ich geh links von uns, ich seh nix Ich bin hier Ich bin hier links von uns, ich seh nix Ich bin hier links von uns, ich seh nix Ich bin hier Ich bin hier, wir bist aus Hier, hier wird eins Hier in dem Haus drinne Inhalb von dem Haus Oh, der tut's Jep Junge, 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 Alter Junge, Junge, Junge Junge, Junge, Alter Oh, der in den Trümmern liegt einer Pass auf, mit dem Markätwerfer Was ist'n hier? Ja, du siehst sie direkt vor uns Ja Pass auf, direkt vor euch in den Trümmern liegt Ja Pass auf, direkt vor euch in den Trümmern liegt Drüben kommt ein Panzer von rechts, Flo An dem Haus, mit seiner Panzer rechts Kriegt ne Markierung Hat ne Markierung Und Feuer Wir haben von links nochmal angeschossen, Axel Oh mein Gott Panzer down, die Wand wäre vielleicht richtig gewesen Ich seh nix Hier im Haus Da ist er Der hockt hinter der Wand vor uns Jetzt schießt der Baum noch hoch Da kommt mal der andere Tank So Band ist weg Da läuft einer Da kommt jetzt das Arn Hinter euch ist ein Gegner Axel, da läuft einer vor uns Schaut euch auf Nein, warte, warte, warte Vio, warte auf mich, bleib stehen Wookie, bleib mal stehen, bleib stehen Verlegst euch von Line Das ist ein Down, warte, ich reproduiere uns mal Nein, bleib drüben, bleib drüben Gundergaard Ah Der ist smart Der bei mir lag zu werden Wo war das denn gerade? Links lag, lass mich stehen Nichts mehr Neuer Feuer mal links lang Da habe ich noch einen Rechts kleineren Gegner Irgendwo hier im Haus Hier rechts im Haus Oh, was war das? Ne Miene, alter Scheiße Ah Da habe ich auch nicht nachgeguckt Die lagen so schön in diesen Kugeln drin Ja, Panzer ist gerade nicht frei Müsste aber gleich sporen Boah, ist ein Idiot In die Luft gesperrt Ist dort, Wookie ist dort Ja, Alter Wookie ist down Wookie ist down Glück, Glück, Glück Wir sind hier los Die ganze Wand ist im Arsch Oh, fuck you Ihr Stöpf ist da Wurde, falls jemand fragt Die Drecksau lächst schon mit einer Miene aus Ich hau ihn gleich vor das Maul damit Flo, ich komm bei dir rein Ja, ich bin gerade im Auto Ja, ja, ich wiss schon Ich bin Garner So, wo geht hier die Party ab? Bei C, ja? Bei C, ja? Bravo wurde gerade neutralisiert Ja, auf D, wenn du die Holze entlang gehst Richtung... Osten Unser Gegner Hilfe! Einsatzbeziehung! Bravo ist jetzt unter unserer Kontrolle Da geht die Party ab Und die Party geht ab Wir sehen uns als nächstes Dawn Breaker, ey Ne, warum musst du morgen arbeiten? Ne Von rechts kommt Das war einer, Axel Danke Ich war Hilfe Was einer oder... Oder ein Fahrzeug oder was? Ach, man kann gar nicht auf den Schienen fahren Mit was? Mit dem Auto Oh Scheiße Das Panzer Das aktuelle Einsatzbeziehung Ja doch, es geht schon Auf den Schienen zu fahren Du kannst halt direkt... Oh, wir haben gerade einen Sniper irgendwie Aber... Jetzt ist wieder raus Angeltet Panzer Blackdown Flo, Alter, was machst du denn du? Panzer down Ja Ja, ich geh dahin, wo die Party ist Ja, ich geh dahin, wo die Party ist Ich bin ja geschossen von irgendjemandem Oh, ich bin dauernd Drecksniper Liegt da hinten auf so nem scheiß kleinen Hügel Wer jagt mich denn ihr bis nach Afghanistan, Alter? Helikopter Du dummer Wingser, Junge Flo, Panzer, hab ich, ne? Ey, wer von uns hat grad'n Heli? Du, Hans, gerne Der ist denn da grad von uns so sinnig mit nem Tank einfach nur über die Bienen gefahren, die ich markiert hab? Ach... Beide, nicht dein Ernst Wer, wer ist denn bei euch, ähm, Teamleiter? Wir sollen mal einen raushauen Ein paar Dicks so bei uns im Test Ja, klar Ja, okay Fahr mal gerade auf Das ist, äh, Raketen Ich werd mir jetzt gleich mal die, äh, Ossolo-Ri holen von denen Ich steh dir! Na, hör! Ey! Ich war auch noch mit Dreck wie der Tod, Mann! Du warst nicht von deinem Stil Also den Sniper, den hab ich getötet Meiner Wie fliegt denn der Jet so komisch? Links ist, glaub ich, Infanter, den in dem Gebäude Ja, egal Fahr nach nach Ja, ey Ihr mit dem Auto Sniper 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 Oh! Infanter die Dicks von uns Ja Ich lauf schon über die Dreck Direkt neben der Dreck auf dem lebenden Stein Wir haben gerade die Kontrolle über 1.2.4. Charlie verloren Oh, scheiße Ach, mein Gott, die Sporn genau vom Panzer Ah, ich hab nichts mehr zu verlieren Ich hab mich nicht so geholt Ich komm gleich wieder als Scammer Da kann ich nämlich auch wieder die Ziele markieren Salamander, komm vorgefahren Ich hab... ich reparier dich Kapte Mann, ich geh immer aus Ich hab dir einen Heli Fahr mal zu E Ja, ich bin down Oh, das gibt's doch nicht Ach, da war noch ein Zwitter mit dabei Salamander, ich komm bei dir rein Jo, perfekt Dann hauen wir alles weg Hast du Lenkraketen? Alten Panzer Nee Stopp noch nicht Ah ne, hier ein paar Dicks sowieso dabei Seh ich gerade Ich geb halt die Dicks rein Jo Aber was ganz cool ist Du kannst mit der Bahn rumfahren Die Bahneinnung ist dann fertig Zu deiner... Zu deiner Sporn haltung Weitere was los, oder nicht? Obwohl Lenkmunition Geht auch, oder? Ja, die Lenkraketen Lenkmunition, ja Hier ist ein Gegner Alter, hier ist ein Tank Hier, vor uns, Arcelerie Jo Ich möchte den Gun einem heben Oh, der ist ja fast down Der ist rausgerannt Rechts ist der Der ist ausgestiegen Der ist nach hinten Der ist irgendwo in die Halle rein Hier hinten bestimmt Bei den... Roten Dingern ist der Hier ist er Scheiß den Abermann Der ist gleich hinter uns raus Hinter uns raus Hä? Ich hab den einmal angehört Der sieht doch ausgestiegen Das ist von Schienen hier raus Boah, jetzt leg ich hier fest Wookie dort bei dir Um die Ecke Dort sind... Ich glaube nicht, dass der... Der ist ja Ja, ich glaub auf Gott, die sind Ich glaube nicht, dass der Priorierer ist Der reparierte Tank Der reparierte Tank Ich denke... Oh Gott Ja, der dürfte wohl wechseln Weißt du nicht Kommst du mir in den Panzer gleich? Jetzt stirb Herbert kommst du bei mir über B rein? Der hat einen beschossen Der ist noch hier War Heli ist das, oder? Ne, was sind das? Ja, das war Heli Doch, war Heli Doch, war Heli Ja, er hat nicht Braucht euch Kapurier uns mal Okay, ich stopp Ich möchte noch einen Panzerfahrer, Alter Nein Scheiße Da schießt im Tank immer die Steine drüber Der ist oben auf dem Dach Ja Ich weiß nicht genau wo Ich... ich... ich schon Schieß grad auf den Salamander, ich... Komm bei dir rein Du Arsch Ha Ich hab den da oben weg zu kriegen Schieß mal mit dem hier auf den Hier, ich hab ihn markiert Bleib mal stehen Nein Go, go, go Ich sterb den nicht Verschwemdung, Munition Da markiert unser Was ist denn das? Was ist denn das? Panzer Verstand Bleib mal stehen Salamander Da repariere ich uns Ja, weil ich ziehe es Ja, ja, ja Ich hab keine Munition gleich mehr Ich geb gleich Ich geb gleich Ich muss zurück Ja Ich muss nämlich nachmachen Komm da ein und dann nach vorne Was kommt denn hier angeflogen? Die Raketen von der Javelin da vorne Ja, von dem Tops Die Idioten da verpacken Sind sie weg zu dem? Wenn ihr ihn seht, markiert dann Ich markiere jetzt erstmal den Tank Tank ist markiert Das ist nice Relancer down Nope Ich schreibe Rührer Oh Mann, oh Mann Wo ist denn der 7-11-Schocker? Verlier mit Verlier mit Verlier einfach Ihr werdet zu ihm zettet Ja, ich krieg zuviel Schaden Auch wenn der uns hier anschießt Egal, down Da oben Da oben Da oben kann ich nicht ran Hast du Lenkraketen? Da gibt's ne Markierung jetzt Markierung ist aber Hubschrauber Hubschrauber Oh, ist nachher mit meinem BD grad passiert Oh Scheiß Mann Echt Ich hasse das Jedes Mal mit dem Panzer Krieg ich jedes Mal Die meisten Punkte Aber eine negative KD Hau dir mal als Panzerfaust eine Igla rein Ich hau mir auch eine rein Dann bringen die Scheiße Dann steigen beide aus Und hauen sie weg Unten ist eben einer runter Was ist denn die Igla? Wie sind denn die Igla? Wie sind denn nicht eine Stinger? Ja, aber Stinger ist egal was Ah, hab ich Hab ich dabei Ist zu weit Deck Egal, weiter Da unten hab ich in mir fehlen Läuft ein Okay, ich hab da Lamander Ich komm rein Ich bin da Ich bin jetzt markiert bekommen Das Haus Markierung ist noch Der ist noch zu weit Da unten ist einer Der ist fast down Hinten Ja, nice Okay, jetzt kommt die Markierung Markierung sitzt Wir kontrollieren jetzt Einsatz Ziel Echo Nein, nicht mehr runtergefallen Ah Ich tapp nicht mehr Aber dafür hab ich die Markierung sitzt Der ist direkt unter mir Der ist direkt neben mir hier Leute Hier sind zwei unter mir Was ist das für Quatsch? Da wo ich liege ist noch etwas Da wo ich liege sind Der Park, da sitzt auch einer auf dem Dach Angel, step down Und weiter geht's Mann, dieser Ist natürlich unpraktisch Wenn ich dir die Markierung gebe Mit dem Bumper und du Steigst aus ne Der hat mich gerade von 600.000 km Von B Immer der Idiot ist immer noch da oben drauf Ja, wenn du das Team auch kommst Und der Hex ist der Unten hoch Unten hoch Der ist unnormal Das Team auch Geht der mich auf den Sack da oben Ja, die Die Köln muss sich zum Ja, genau Ja, genau Ja, genau Ja, genau Ja, genau Nein 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 Bin ich aus Versehen bei E gespawnt Äh, bei C Ja Komm, Herbert Fahren wir mal zu C Hier runter Das Auto hält nicht allzu viel aus Da, hier ist noch einer bei mir Da, hier ist noch einer bei mir Wir leben hier rechts, rechts, rechts Französ da vorne Fahrt zickzack Fahrt zickzack Wurde drauf Helik weg Zu späten ist tot Da hängt ja bei E immer noch einer auf Da Wo? Ja, guck mal, da können ja auch nichts drauf fließen Wo? Hier Der vorne ist die scheiß Artillerie Ich markier die Ach, das tut kaputt Hat irgendwas dabei, um zu sterben? Nee, ich hab Stinger Aber egal, du kannst doch Geh bei E aufs Dach Wer ist nicht von dir? 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 Jet Da kommt ein Hubschrauber Da kriegt eine Markierung Ja Start Ja, ich kann nicht Jetzt Jetzt Ist hoch, aber ich hab die iklar Ah Ah Flo, auch wenn du mir das nicht glaubst, aber dieser Heng ist dahin Der Hubschrauber kommt zurück, komm mal vor Jetzt kriegst du noch eine Markierung Wir haben gerade Einsatzstil Bravo neutralisiert Ist markiert Ja, hau ihn weg Ah, klar Ah, klar Okay Loll Ich hab mein Spiel sonst gestürzt Hab äh, hat er nie getroffen Oh, scheiße, dieser Hubschrauber da drin Ah, ich hab mich zum Faxzeug gestürzt bekommen Tja, jetzt läuft's doch ein Spawn bei dir rum, ne? Was machst du jetzt? Hä, hat einer von euch gekickt? Ah, gut Jet Jet, ich wurde aus dem Spiel geworfen Jet, krieg ne Markierung Du hast einen zu hohen Ping Warte, warte Na egal, kann ich mir nicht vorstellen, egal Na gut, ich verabschiede mich erstmal, ne? Jo, mach's gut, jetzt kriegst du noch eine Markierung Hey, halt weg Tschüss 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 Tja, Tja, Tja Bats Jet down Tja Tja Jet down Iglas perfekt Heli vor uns Heli, kriegst du eine Markierung Ist drauf, ist drauf Oh, fast Scheiße Ich hab's falsch getan, zurück Westlich deiner Position Jetzt kriegst du noch eine Markierung Heli, liegst zu weit weg Zu weit Er ist zu weit Erwarte, wir wollen ihn Ich hab's wieder von der Snipen Okay, jetzt kriegst du noch eine Markierung Halt eine Markierung, Groff, haut ihn weg Achtung, Einsatz zu Bravo, Wunder vorwass Westlich deiner jetzigen Position scheinen feindlicher Schauschütze zu sein Ach, sieg Ich muss ja nicht die Schauschütze Die Idee kann nur Wow, wow, wow Alter Wo willst du denn mit einem Panzer von E? Da kommt Westlich von dir scheinen feindlicher Schauschütze zu sein Hinter euch auch was Wir haben gerade eins, das ist die Bravo-Pallung Wo geht's, kriegt doch noch eine Markierung Ach, die Fünferer Wetter, vierer Wetter Boah, knapp WTF Anscheinend ist genau westlich deiner Position WTF Mach mal ein Stück vor Salamander Yes Fast 650 Meter von mir weg Ich müsste, glaube ich, 400 Meter an oder so Was zur Hölle Er ist 500 Meter bei der Sachse Jetzt kriegst du noch eine Markierung Was ist denn der so hoch, ey? Ach, der Stubb hat ab Nee, ist dauern Hier unten bei B Fahr mal zu B Da war schon, hab ich schon wieder welche im Holz Yo, sprengt einfach mal die Hauswand weg Ja, Mann Ja, Mann Bei uns im Squad ist auch noch ein Blatt frei Da hat gerade eins das Team einfach neutralisieren Yes, wir Drennen Bei euch im Squad Da liegen Minen, pass auf Ah ja, ich hab nen Panzer gerade Evert, kommst du zu Hause? Den Garner hab ich Den Garner hab ich Nee, ich verkaufte nochmal das zu Fuck, ey Aber was auf, vor dir Hast du der daun? Das war Neo Hehehe Mal hinter mir angucken So, wir liegen Minen Kann man jemanden den schwulen Panzer hier töten? Ach, stimmt Genau das Bohrenfeld gemacht Wo bist du denn wieder eingestiegen? Am Wookie Hinter uns Und oben? Scheiße Alter, Alter Komm mal zurück auf die freie Flasche Wir brauchen Platz Wir brauchen Platz Ey, Flo regt mich nicht auf, ey Ah, siehst du die Leute? Oh, was? Yo, läuft Ach ja Ei, 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 ei Ey, warum verlieren wir denn? Ja, bei wer? Weil wir besser sind Ja, weil wir alles tun Aber nix reinnehmen Ja Ja, erstmal Panzer ein paar mal leveln Hast du die Lenkmunition, Salamander? Nee, ich bin Ich glaub, warte, ich hab mein Nachwalt schon freigestellt Die Lenkraketen wären natürlich ideal, dann brauchst du dich jetzt mal aussteigen Ja, die Lenkraketen habe ich, aber ich steig immer aus, weil das zu hoch ist Da kann ich nicht befeuern Deswegen Ja, ist ja nicht nur wegen Die Lenkraketen sind ja auch auf Bodeneinheiten Ja, ja, du musst markieren, damit ich dich auch auf Lufseinheiten verwenden kann Ja, ich markiere alles, was da ist, ne? Ja, willst du uns lieber ziehen? Ja, deswegen Ich schieße mit der Rakete vom Panzer Wenn die zu hoch sind, benutzt die Igler Ja, er zieht ziemlich mal Ja, ich mach millennier Ja, ich machИ Ja, ich machinente